Willkommen bei Martini Mondo. Heute sprechen wir über einen Angriff von Michael Saylor gegenüber Ethereum. Michael Saylor hat sich sehr kritisch gegenüber Ethereum geäußert. Wir hören uns das Ganze an. Zudem sprechen wir über Ethereum Staking Withdrawals. Die Leute, die von Anfang an Ethereum gestaked haben, seit über zwei Jahren, seit der Beacon Chain, diese Leute konnten bis jetzt noch nicht ihre Ether wieder aus dem Staking abziehen. Wir schauen uns heute an, wann wir damit rechnen können, dass diese Withdrawals ermöglicht werden, dass die Leute wieder aus dem Staking rausgehen können, welche dann auch wirklich wollen. Also starten wir doch zuerst mit Michael Saylor. Michael Saylor, der berühmteste Bitcoin-Maximalist. Michael Saylor ist haushoch in Bitcoin investiert. Michael Saylor hat sich massiv geleveraged, um in Bitcoin zu investieren. Und er urteilt hier sehr stark gegen Ethereum. Und was er hier sagt, das hören wir uns doch direkt einmal an. Of course, especially Ethereum. You know, Ethereum's got $20 billion of ETH token locked up in the staking contract right now. And there's a couple of people that may or may not give it back to you ever. Now, isn't that the definition of investment contract? If a bank took $20 billion of your assets, froze the window and said, you can't have your money back ever, maybe in the year 2024, we're not sure. We're just going to keep it. We may actually give you interest on it. We may take it all. We may, you know, we may slash it. That's the definition of a security, right? It's an investment of money and a common enterprise, you know, relying upon the efforts of others and expectation of profit. The whole point is, if you want a crypto asset to be a commodity, you can't rely upon four engineers, a company, a CEO. Also, was ist jetzt hier seine Kernaussage? Seine Kernaussage ist, dass eben nur Bitcoin ein Rohstoff ist und alles andere sind Securities, also Sicherheiten. Und nur Bitcoin ist ein Rohstoff, weil nur Bitcoin ist so dezentral. Nur Bitcoin kann nicht von wenigen Menschen kontrolliert werden. Bei Ethereum ist es Tag heute, Stand jetzt ist es tatsächlich der Fall, dass Ethereum ist angreifbarer als Bitcoin. Und bei Ethereum ist es wirklich so, dass eine kleine Personengruppe hat mehr Macht über das Ethereum-Netzwerk, als dies bei Bitcoin der Fall ist. Was wir jetzt hier aber auch festhalten müssen, ist das Stand heute ein Problem? Nein, meiner Meinung nach ist dies kein Problem. Denn solange diese Personengruppe die Interessen der gesamten Ethereum-Community vertritt, ist das jetzt noch kein Problem. Natürlich langfristig, langfristig ist es das Ziel, dass diese Personengruppe nicht mehr so viel Macht hat. Und das wird auch der Fall sein. Denn wenn das nicht der Fall ist, weil dann würde ja diese Ethereum-Foundation nicht im Interesse der Community halten. Und wenn das passieren würde, was würde die Community machen? Dann gäbe es einfach einen Fork. Dann würde sich einfach die Community wegforken und dann würde die Community wieder ein neues Ether aufsetzen nach ihren eigenen Regeln. Das heißt, die Ethereum-Foundation hat eigentlich gar keine andere Wahl, als nach den Interessen der Community zu spielen. Weil sonst würde sich die Community einfach wegforken, wie es ja auch bei anderen Projekten schon mal passiert ist. Also das sehe ich hier als nicht so bedrohendes Argument. Ja, Stand heute hat die Ethereum-Foundation viel Macht, aber das wird sich in Zukunft ganz sicher ändern. Da habe ich überhaupt keine Bedenken. Dann, was er weiter sagt, hier, die 20 Milliarden Dollar, die im Staking-Kontrakt eingeloggt sind. Denn seit über zwei Jahren läuft das Ethereum-Staking auf der Beacon-Chain. Und die Leute, die dort sehr früh die Möglichkeit hatten, Staking zu betreiben, haben das. Einige Leute haben das auch gemacht. Und diese Leute konnten eben bis heute noch nicht ihre gestakten Ether wieder abziehen. Also die konnten nicht aus dem Staking raus. Und das ist ein sehr beliebtes Argument von den Bitcoiner, die sagen, ja, ihr seid alle in einem Gefängnis, ihr kommt dann nie wieder raus, ihr kommt nie wieder aus dem Staking raus. Nun, das sehe ich ganz sicher als FUD. Denn eines musst du wissen, das Ethereum-Staking war von Anfang an komplett freiwillig. Niemand wurde gezwungen, seine Ether zu staken. Wenn jemand Angst hat, es gab genug andere Möglichkeiten, ebenfalls eine Ether zu staken. Lido, Lido gibt es ebenfalls schon lange. Jetzt kannst du auch über Coinbase sehr einfach deine Ether staken. Also die Leute, die einfach nur ihre Staking-Gains machen wollen, die haben genug andere Möglichkeiten, ihre Ether zu staken. Aber die Leute, die wirklich Solo-Staking betreiben, die eine eigene Validator-Node betreiben, das sind ja die Long-Term-Beliefer von Ethereum. Das sind die Leute, die langfristig an Ethereum glauben. Und diese Leute haben überhaupt kein Interesse, aus dem Staking rauszugehen. Denn, wie gesagt, wenn du schon den Aufwand auf dich nimmst, um Solo-Staking zu betreiben, dann möchtest du nicht heute oder morgen wieder rausgehen, sondern dann möchtest du das Ganze langfristig betreiben über die nächsten 10, 20 Jahre. Also deswegen finde ich auch hier, dieses Argument hinkt ein wenig. Was wir natürlich auch sehen müssen, Michael Saylor ist hochgradig in Bitcoin investiert. Natürlich nutzt er hier die Chance, um einem gegen seine Konkurrenz zu schießen. Er möchte natürlich nicht, dass Geld in Ethereum reinfließt. Deswegen macht er hier solche Aussagen. Er möchte seine eigenen Bags schönreden. Das machen wir ein bisschen intuitiv. Ich denke, das ist ein bisschen normal. Das macht jeder Mensch ein bisschen. Er möchte seine eigenen Investments verteidigen. Also von dem her können wir hier eigentlich auch keinen Grundvorwurf machen. Aber ich finde, seine Argumente sind jetzt nicht so wirklich stichhaltig, was das jetzt hier angeht gegen Ethereum. Gut, kommen wir noch auf das Staking-Withdrawal zu sprechen. Eben, das ist ein großer Kreditpunkt, vor allem von den Bitcoin-Maximalisten, die immer gegen Ethereum schießen. Die sagen, hey, du kommst nie wieder aus dem Staking raus. Wann können wir denn wirklich damit rechnen, dass damit die Staking-Withdrawals ermöglicht werden? Ich habe hier einen sehr guten Tweet von Proto-Lambda. Proto-Lambda, das ist ein Ethereum-Researcher, ein Ethereum-Entwickler. Das ist jemand, der sehr, sehr tief in der Ethereum-Materie drinsteckt. Also hier sehr spannende Tweets von ihm. Kann ich auf jeden Fall empfehlen, hier Proto-Lambda zu folgen auf Twitter. Und er sagt hier, dass man damit rechnen kann, dass die Withdrawals ermöglicht werden mit dem EIP 4844. Also nicht direkt mit dem EIP 4844, sondern ungefähr so in der Nähe. Er geht davon aus, es gibt hier ein sehr langer Tweet und er geht hier davon aus, so die Zusammenfassung, er geht davon aus, dass zuerst die Withdrawals ermöglicht werden und dann das EIP 4844 kommen wird. Und er rechnet mit den Withdrawals ungefähr März, April. Also März, April nächsten Jahres können wir damit rechnen, dass die Withdrawals ermöglicht werden. Und das ist dann auch wichtig, dass die ganzen Bitcoin-Maximalisten, die ganzen Zweifler dann beruhigt sein können und dann nicht mehr einfach diese blöden Sprüche immer gemacht werden. Also es ist langsam, ist es ein bisschen wie im Kindergarten hier. Immer so versucht man Schwachstellen vom anderen zu finden und dann so darauf rumzuhalten. Also ich mache mir überhaupt keine Sorgen, dass diese Withdrawals nicht ermöglicht werden, sondern ich denke, Frühling, spätestens im Sommer sind die Withdrawals da und dann kommt auch später das EIP 4844. Über das EIP 4844 muss ich mich erst noch selber genauer informieren. Im Groben und Ganzen ist das Proto-Dank-Sharding. Proto-Dank-Sharding, damit sollen Transaktionen vereinfacht werden, dass die GAS-Fees dann sinken werden. Also da muss ich mal noch ein separates Video zu machen zu EIP 4844. Auf jeden Fall sehr spannend, aber jetzt geht es ja vor allem um die Withdrawals. Und wie gesagt, die Withdrawals, wir können damit rechnen, dass sie ungefähr im Frühling, März, April dann wirklich kommen und dann dürfen auch die letzten Zweifler endlich vielleicht mal Ruhe geben, was Ethereum angeht. So, falls du noch weitere Informationen haben möchtest über Ethereum, schau hier gerne noch meine anderen Videos zum Thema Ethereum und ansonsten abonniere mir gerne den Kanal, lass mir ein Like da und wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald. Ciao.